Heidi ho! Ja, wie soll ich das jetzt am dümmsten formulieren? Nächste Folge Marsch! Ich hoffe jetzt, dass ich hier keine Kodierungsfehler bekommen. Sonst kriege ich hier wieder einen feuchten Fön. Dreh mich ein bisschen. Nein, keine Kodierungsfehler. Läuft auch flüssig im Bett. Wie gesagt, wir waren in der letzten Folge im Mieter, haben alles langgesammelt, damit ich mir was... Oh oh! Leg, 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 Leg! Achtung, Leute! Ja, ich stehe ganz ruhig! Tim? Ja? Server-Lag, pass auf. Ja, hab's grad gemerkt. Lassen? Äh, ja klar. Seid ihr noch dabei? Neubegonnen. Warum? Ich hab ja einen Shader reingemacht und jedes Mal, wenn ich... Ich hab jetzt einen Fehler gefunden, warum es heißt, äh, Kodierungsfehler. Kodierungsfehler ist, wenn ich in Minecraft einen Shader drin hab. Hm. Deswegen war jetzt die Folge, grob gesagt, für'n Arsch. Nefabre? Die, äh, sie macht grad, äh, scheint die App-Modi. Da sie bemutet ist. Und wer liegt nicht im Bett? Alina hat's noch nicht gereiht. Doch, die hat doch Left the Game. Nein, Alina hat nicht gereiht im Sinne von das Geschenk. Ja, weiß... Weiß sie nicht, was es ist? Nein. Ich hab's ihr gesagt, aber sie weiß es trotzdem nicht. Haben die keinen Portal oder was? Ich glaube nicht. Das ist dann... problematisch. Habe ich so gehört. Doch. Also nimmst du jetzt ne neue Folge auf? Genau. Willst du dir vorher was vornehmen, was wir dann machen können? Die läuft schon. Na, Aufnahme schön beendet? Ja, gerade gemacht. Sind ein paar Infos reingepackt. Das muss ich euch mal ruhig machen. Gesundheit. Danke. Meine Nase. Soll ich dir ne neue kaufen? Witzig, wenn du das kannst, kriegst du von mir ein Eis. Ich will Kekse. Ich will Kekse. Kekse gibt's das. Ach mann, oh. Gabriel, sie hat's nicht verstanden. Echt nicht? Nein. Was wird zu erwarten? Die ist noch zu jung dafür, um das zu verstehen. Ja, Protten kennt ihr auch nicht jeder. Könnt ihr auch nicht. Na gut. Du bist jetzt auch keine Steam-Gamerin. Nee. Ich hab ja grad nur zwei Stream-Äh-Spieler. Eben. Eben. Eben, warum. Nein! Keine Fall! So, dann einmal rein durch den ganzen Scheiß, den ich mal ausgehöhlt hab, weil das kann ganz viel Eisenfarm gehen. Ja. Wir machen jetzt mal hier einen kleinen Stadtfront. Weißt du was, ich hab ne bessere Rede. Machen wir uns daraus jetzt einen kleinen Gag. Ähm, ich hab hier doch noch irgendwo einen Greenstone. Hab ich noch einen. So. Alles geht. Genau, stimmt, da musst du ja ausmachen. Ja. Beat. Tschüss. So. Bitteschön. Wollte ich noch kurz kurz sagen. So viel Zeit muss sein. Ja. Und dann würde ich sagen, los geht's. Hi, hier ist der Vollsparko, der hinter dem Video ist. Ja. Äh, gibt mir ein Problem. Ich werd mir grad ein Video schneiden und hab gesagt, mach ne Timelapse. Es gibt nur ein Problem. Ich hab die Timelapse auf mal 4, wie sie auf dem Schild da angedeutet war, ähm, auf mal 11 war das geschossen. Und die Datei war trotzdem noch zu lang. Dann hatte ich mit der Upmodi und allem drum dran trotzdem noch das Video in der Länge von 1 Stunde 36. Ähm. Und da mir das persönlich zu lang ist, äh, hab ich die Timelapse jetzt komplett raus. Deswegen habt ihr nur diesen kurzen Clip als Info. Deswegen keine Timelapse. Einfach nur einen kurzen Cut und das war's. Es ist währenddessen überhaupt nichts passiert. Wir haben versucht, äh, der Alina was zu erklären. Was wegen dem, äh, Love Cube von Portal 2. Und, ja gut, es ging zwar in die Hose, aber Info für euch, was euch nur jetzt interessieren solltet, ähm, keine Timelapse, nur einen riesen Cut und das war's. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Rest des Videos. Tschüss. So, und somit wären wir dann mit dem Haus fertig. Wir haben hier nur noch eine kleine Line. Wenn wir nochmal machen, dann haben wir nämlich nur noch ein Stück. Stück, Stück, Stück. So, müssen wir gucken, dass wir das alles hier eins nach unten verbracht haben. Leute, das ist jetzt erstmal so ganz dumm eigentlich. Ein Tag, dann, dürfen wir mich nochmal da unten aufstellen. Lieber Gummi, was hast du denn damit vor? Womit? Ich sehe, was du da treibst. Mein Hausarbeiter? Da kommt ein Stockwerker rein. Ach so. Kommt ein Stock rein. Braa. Das klingt verkehrt. Was? Was ist das Schöne, das? Ah, jetzt ist was schon wieder verdippt, ja? Ah, da kann ich ja direkt mitmachen, und da. Dieb. Mann. Entschuldigung, ich bin schwul, aber ich bin auch Männer. Au, meine Nase. Ich hab die am Mikro angehauen. Das ist nur ein Depp, ey. Oh, Nasen zurecht drücken. Wenn ich mir die Nase nochmal breche, hab ich die Zahl, also hab ich ne runde Zahl. Zehnmal oder elfmal? Wölf. Und jetzt kommen die Gründe warum. Tisch, 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 Tisch. Nein. Die brauchen immer nur beim Fahrradfahren. Also jedes Mal beim Pump-Track-Race. Fahrradfahren ist ein sehr, sehr gefährlicher Sport, meine Liegen, Kinder. Ja. Weil man dann so fett wie ich. Ja. Und übrigens auch demnächst bei den Videos nachschauen, die ich wirklich fahre. An alle, die kein Blut sehen können, die sollten diese Folgen gar nicht erst anmachen. Ja. Also das erste Mal, wo ich mit Tim Dirtbike gefahren war, für diese paar Minütchen. Das war das erste Mal, wo ich Dirtbike gefahren gewesen bin, wo ich am Ende nicht geblueset hab. Wow. Applaus, 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 Applaus. Ach ne, das war Wuppets Show. Wuppets Show. Kennst du die Muppets nicht? Da wird der Frosch, Gonzo. Was sagen? Kenn ich nur. Ich hätte jetzt keinen richtigen Grund dafür, das jetzt irgendwie noch so zu verkörpern, dieses Applaus, 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 Applaus. So, das film wir jetzt grad so einfach spontan dazu ein. Hat man kein bisschen gemerkt. Nein. Du bist doof. Du bist doof, du bist gemein. Bin ich gemein? Ich bin daheim. Doch, du ärgert mich immer. Oh. Wenn du das sagen würdest, dann würde ich mich selber ekeln. Lieber nicht. Ich hätte nämlich sagen, soll ich dir so wiedergutmachen, ein Bussi geben oder was? Nein. Yes. Frauen verekeln am Tag. Check. Nein. Weißt du was? Ich fester dich ja ans Bett hier und hol mir ein bisschen mehr als ein Bussi. Okay. Ich könnte jetzt sagen, ich hab für so einen Scheiß eine Konstruktion im Keller, aber... Das ist glaub ich ein bisschen Fehlerplatz hier in der Folge. Äh, nein, das klingt recht interessant. Ist mir ruhig weiter. Könntest du vielleicht einfach mal ne Folge normal drehen? Was ist bei uns bitte normal? Keine Ahnung, in der letzten Folge, die ich aufgenommen hatte, hat Dennis erklärt, wie oft er seinen Fuß rumgedreht hat, weil sein Bänder riss. Ja, genau, 120 Grad. Nach innen weggeknickt. Ich könnte jetzt auch nochmal den genauen Vorgang beschreiben, was passiert, wenn ich meine Hand umdrehe. Nein, bitte auf. Ja, das kommt ja noch in einem Video. Ja. Das kannst du dir für den nächsten Abschlussaufnahmen machen. Nein, danke. Ich wette mit dir, das Video wird gestriked. Nö. Was ist denn jetzt eigentlich... Achso, das frage ich gleich, wenn die Aufnahme vorbei ist am besten. Äh, schreib mal in TS, was du meinst, damit ich mich schon mental drauf anrichten kann, weil sonst bin ich so ein bisschen abwesend geistig. Bitte in Aufnahme. Das ist mir schon klar. Aber Ernest, da kann ich ja nicht reinschreiben. Ja doch, privat. Okay, dann mach ich's ganz assi und schick das öffentlich rein. Ja, ich hab Buchstaben-Salat dran. Das hab ich vorhin so ein bisschen aufgefangen. Ja, sag ich gleich. Ja, du hast ja gesagt, ja nach der Aufnahme. Ja. 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 Erstmal tue ich mein Bett jetzt mal so richtig richten. Auf jeden Fall nochmal gucken, dass ich dann irgendwie gleich pennen gehe, weil sonst hab ich irgendwann... Es wird ja eh... Es wird ja eh... Es wird schon wieder langsam nach... Ja. Slow-Lol. Das wusste ich gar nicht. Gippie, ich hab Glück. Äh, ne, das war verkehrt. Du can stay, that's you. Ne, also wie war das? When I see you. Ne, ne, das war was anderes. Äh, ich weiß was du meinst, du liebst auf der Zunge. You can stay. War doch... Meist von Enya. War doch Titanic, oder? Nein, nein, das war nicht Titanic, das war Herr der Ringer. Herr der Ringer war das? Only time gehört zu Herr der Ringer. Hey, strange. Egal. Dann würde ich sagen, beende ich jetzt hiermit. Holger. Dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum Wissenauern. Tschüss. 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 Tschüss.